Die Suche nach den Verantwortlichen für die Finanzkrise ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Zu dem Schluss kommt Wolfgang Hetzer vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung in seinem neuen Buch Finanzmafia. Darin erklärt er ausführlich, wieso Banker und Banditen straffrei bleiben. Diese Betroffenen könnten sich auf den Standpunkt stellen, was wollt ihr denn? Es haben doch alle so gemacht. Und sie können immer nur eine Person, eine konkret handelnde Person zur Verantwortung ziehen. Sie können nicht vor einem Strafgericht ein Geschäftsmodell verurteilen oder eine Weltordnung sozusagen sanktionieren. Das geht nicht. Das Strafrecht erreicht eben nur natürliche Personen, so wie es die Staatsanwaltschaft im Falle der Deutschen Industriebank plante. Der Vorwurf an die Manager? Untreue. Dass die Ermittlungen nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden, hält Hetzer für voreilig. Auch im Hinblick auf ähnliche Fälle, zum Beispiel bei den Landesbanken. Man muss sich ja fragen, was hat denn ein Landesbanker aus Dresden in Dublin beispielsweise zu suchen? Oder andere Landesbanken, die sich dann im amerikanischen Immobilienmarkt engagiert haben. Zum Teil ohne das eigene Kapital dafür zu haben. In dem Bewusstsein, dass der Staat ja sie raushaut sozusagen, wenn es ganz eng wird. Und was ist mit der Verantwortung des Staates, beziehungsweise der handelnden oder eben nicht handelnden Politiker? Wolfgang Hetzer stellt fest, dass inzwischen zumindest die richtigen Fragen gestellt werden. Sind diese Leute nur dumm? Nur unfähig gewesen? Ist Dummheit und Inkompetenz strafbar oder nicht strafbar? Oder kann man sich Inkompetenz als Politiker leisten, aber als Klempner nicht? Sind die Folgen, die Schadenersatzansprüche unterschiedlich? Kann der eine Fehler machen, ohne dass man darauf kommt, mal auch zu prüfen, ob dieser Fehler ein Straftatbestand oder ein schadenersatzpflichtiges Versagen war? Sind diese marodierenden Versagerklicken aus Politik und Wirtschaft freigestellt von jeglichen gesetzlichen Einschränkungen? Finanzmafia. Wieso Banker und Banditen ohne Strafe davon kommen? Knapp 300 Seiten faktenreiche Materialsammlung über die kriminellen Machenschaften, die zur Finanzkrise geführt haben und über die hilflosen Versuche der Justiz, die Akteure zur Rechenschaft zu ziehen.